Dieser Mercedes-Benz Citra ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem roten Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 10.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Dachrailing, Einpackhilfe, und noch vieles mehr. Der sparsame Diesel hat eine Leistung von 90 PS. Der Wagen ist mit einem Schaltgetriebe ausgestattet. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.